Wäre es manchmal nicht praktisch, an zwei Orten gleichzeitig zu sein? Zwei Ziele gleichzeitig verfolgen zu können? Und dabei noch Zeit für sich und seine Freunde zu haben? Genau das bietet dir die DBFH-Ausbildung an den beruflichen Schulen Altötting. Duale Berufsausbildung und Fachhochschulreife. Alle weiteren Infos gibt's online oder bei unseren Partnerunternehmen. Du machst dich gut bei uns. Bewirb dich ab August unter wacker.com.